Was hat die lokale Bevölkerung davon? Der Bürger wünscht sich ein funktionierendes Gemeinwesen und er hat Interesse an Informationen aus seinem Umfeld, von Vereinen, Organisationen und auch von den Unternehmen. Über Lokalharzt kann er sich schnell und einfach über die Aktivitäten der Vereine und auch der Unternehmen informieren. Er kann sich also entscheiden, wo möchte ich mitmachen, wo soll mein Kind zum Fußballspielen hingehen und welches Unternehmen unterstützt meinen Verein. Gleichzeitig kann der Bürger schon mit geringem Aufwand und kleinen Spenden nach Wahlen, lokale Vereine und Projekte unterstützen. Im Gegenzug erhält er Prämien und Vorteile von den unterstützenden Unternehmen. Für uns eine Win-Win-Win-Konstellation. Wie genau das funktioniert für den Bürger, erklären wir Ihnen gerne.